Eine von den Briten genutzte und von den ihren zerstörte Militäranlage, eine Kaserne quasi, eine kleine. Hier war ein Unterkunftsraum mit zweietageig und jeweils auf jeder Seite auch zwei Kamine. Dann folgen kleine Kammern, entweder Abstellkammern oder Toiletten. Dann kommt der zweite Raum, der genauso aussieht wie der, den wir eben gerade gesehen haben. Okay. Okay. Wieder wahrscheinlich Toilettenräume. Und es folgt der dritte Raum. Die hatten einen schönen Blick aufs Meer. Und wieder die Toilettenräume. Und es folgt der vierte Raum und das war dann auch der letzte. Er wurde von den Iren zerstört, damit die Briten kein zweites Mal auf die Idee kommen, ihn zu nutzen. Und wieder zum nächsten Mal. Nächste. Vielen Dank.